ich werde das durchgehen rein in die tics das können das war es gleich mit der wette jungs immer neue wette machen informat junger die mann mal reinkommen wir können nochmal bei den restlichen fix okay mal hat schon mal nice ja ich bin jetzt schon zufrieden aber maybe more okay so habe ich mir das eher gedacht ja okay noch mal ein hummels so schlecht sind die gar nicht jetzt die zwei noch quick dass das den letzten mal einfach auf gut sind diese picks von wenigstens schrott er ist auch wohl gut die picks alter manchmal so auf mal klar ist da nichts kommt gar nicht zufrieden gut ausbeute ist 23 packs nicht die besten packs aber hast schon ein paar banger dabei eigentlich können wir mal scheppern heute ein futter zumindest hier kommen wir mal ein pick und das nicht weiß so fucking alles ist ok Ohh! Okay, schauen wir mal, ob wir das knick haben. WHAT THE FUCK? Wie viel ist er denn noch wert? Digger, der ist doch 7000 Alter! What the fuck? Hä? Digger! Ich glaube, jetzt gar nichts aus erwartet! Ich habe jetzt gedacht, da kommt eh nur Scheiße raus. Alter, mein EA Account ist gecrackt, Chat. What a crack EA Account, Nummer 700k plus, Digga, nehme ich mit. Geile Karte, aber war auch besser noch. Alter, Chat, wo kann man den abgeben? Ja, für mich zwei, ich war letztes Jahr sogar noch schlechter, wenn ich ehrlich bin. Ich war letztes Jahr noch schlechter, FIFA. Oh, wer ist das? IV? Ach, das ist ja für ein 80er, Mann. Egal, ich darf mich nicht beschweren, aber ich dachte, wir haben hier irgendeine geile Karte heute zum Bezocken, ey. Ranieri, egal, nimm mal mit. Gute Ranieri. Holen wir uns hier noch die Ginola ab. Ich will ja auch einen Luson nehmen, EA. Einen Luson würde mir auch reichen. Aber Markizo wäre auch okay. Okay, was ist das hier? Ein von zwei, ich gehe einfach rein, Chat. Wollen wir keine Spannung machen. Kommt wahrscheinlich eh Schrott. Tja, zwei schlechteste, die es gibt. Deswegen, links habe ich ja gesagt, eigentlich will ich den Pick nicht machen, aber ich weiß ja nicht, winnen mit meinem Futter gerade. Es gibt ja keine SBCs. Okay, die zwei noch, 80 mal 10. Boah, ich wollte gerade Icons sagen, Alter. Ich wollte gerade Icons sagen. Aber jetzt ist ein Impfen. Ist auch kein Walkout mehr dahinter, dann, ne? Shit, man. Ja, okay, das ist dogshit. Dann bin ich dran. 11 mal 81. Ja, leider nix. Wulashi, oder was? Wulashi, einfach nur dogshit. Krass. 11 mal 81 und kriegt fucken 84 als höchstes Ratings. Ja, das ist Wahnsinn. Okay, gehen wir rein in die WikiLeague-Chats. Ich gehe 9-1. Ja, low-content heute von EA, deswegen konnten wir nicht so viel machen. Wir haben jetzt, ja. Wir haben jetzt zweieinhalb neue Spiele. Zwei, drei Viertel würde ich sagen, weil der ist neu, der Lorenzo ist neu. Die gute Hansen ist neu. Wir haben die schon in die Goldhansen getestet, aber die ist ja noch viel besser mit dem Finesse-Shot-Trade. Nochmal mit Plus-1-Upgrade. Futre eben gezogen. Spiel mir mal. Ja, wie es läuft, tu mir vielleicht Son rein. Ribéry ist heute am Start, der hat mir am Freitag gezogen. Carlos spielt jetzt die paar Spiele noch runter, die wir haben mit denen. Ansonsten kommt dann nach Theo Hernández rein. Wir spielen den erstmal offensiv und dann mit Theo Hernández da ist, da spielen wir ja die Lorenzo offensiv. Und der Rest sind ja mehr. Ja, können wir nicht viel machen. Können wir das gerade nicht neu erfinden. Wenn keine Spieler da sind zum Testen und wenn wir nicht so viel Coins haben, dann können wir auch nicht machen. That is what it is. Malen nach Zahlen. Ah, der irgendein Deutscher, Junge. Schmeichel. Ach, du Scheiße. Was ist das denn, Alter? Jesus, jetzt hat der O'SHIMEN so einen starken Weakfoot. Irgendwie spielt er die Bälle so krass, ey. Hä, ist der Linksfuße O'SHIMEN? Das ist zu einfach. Guck mal, 3x3x3, 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 was soll ich da machen? Der Bobidi neue Taktik. Es gibt keine. Die erinnern sich eh jedes Mal. Digga, das nervt einfach. Immer, immer wieder neue Taktik testen, ey. Naja, er quittet oder gönnt. Eins von beiden. Das Mann of Boss. Ich glaube nicht, dass er spielt. Ja, perfekt, Digga. 20 Millionen Team. 30 Millionen Team jetzt, komm. Komm, mach, komm, mach, 40 Millionen Team. Ferner Badge, perfekt, genau. Nachdem einer nicht gönnt, der ich ferner Badge als nächstes. Jetzt mit 40 Millionen Team, ja. Perfekt, Digga. Perfekt, genau, yay. Lorenzo! What the fuck war das? Dann brauchst du doch gar nicht den Ball zu gewinnen, Mann, Dilorenzo. Mann, die Fresse, ey. Wie schlecht ist der Dilorenzo, Alter. Ja, die sollen mir einfach gutes Gameplay geben und gut ist. Dann brauch ich gar nichts, Alter. Wenn ich halt so ein Gameplay habe, kann man Tipps geben, wie jemand will, Alter, wird eh alles wie scheiße laufen. Motherfucker, Alter. Ich schwör's dir, dieses Spiel, ey. FIFA braucht auf jeden Fall ein neues Move mit mir bei COD. Weil bis dahin wird bei mir nie was funktionieren. Das ist ein nice Team. Der Pope, was ist los mit Pope, Mann? Ref, ref, Mann. Ja, Digga stark. Strong, Digga. Oh, Hansen, Mann. Hansen, Mann. What the fuck, Bro. Mach der Megistar wieder, ey. Irgendein fucking Shittrick wieder. Meine Fresse, ey. Hansen, Mannsen. Cheese Goal Cheese Goal Junge, da hast du einen Eckball-Trick Dafür habe ich ihn geholt, Chat You know it, man Okay, gegen Bikini Bottom Okay, wir haben jetzt Eusebio drin Also Eusebio ist jetzt drin, 5 Spiele Mal gucken, ob er was reißen kann Er hat schon Eusebio und NPP und Neymar What the fuck is this team, Alter Ach, Digga, was ist das für ein Matchmaking heute wieder, ey So richtige Freaks unterwegs, Alter Ja, komm Was ist das denn? Keine Ahnung, was da passiert ist Nehmen wir mit Oh Guess who's back, it's the power Okay, nice team Bro, Bergkamm ist nice, Ballack ist nice, kann man machen, Chat Gut gemacht Nice, nice, okay Nice Goal, nice Goal, okay Hoppa, jetzt zurück Digger, v-pillst du heute noch was, du Hund? Bam, da kommt der Taktik von hinten, Junge, gut da reingelaufen Lucky, keine Ahnung, lucky I take it Tigger, what the fuck, man Ja, ich muss die DNS mal gucken, Jungs Das hab ich vergessen letztes Mal Einer hat gesagt, die DNS App soll ich runterladen, mach ich nächstes Mal Ich hab's vergessen, Jungs, ihr habt mir das gleich schon gesagt Das war sehr lucky, sein Spieler ist auch wieder an Main vorbeigelaufen Junge, Eusebio, geht doch Ja, er quittet, perfekt Das hab ich gebraucht, Chat, immer ein Quitt, ey, zwischendurch Ivroni FC Oh, das ist ein starkes Team, Mann Das ist ein richtig starkes Team Tigger, mach diesen Bug, Alter Tigger, mach wieder Tigger, was ist das? Hey, guck mal, was ist das, Digga? Du hast scheiß Gameplay, träges Gameplay, dann hast du noch so eine schlimme Meta Mit solchen Bugs, also wirklich Oh Gott, ey Guck mal, wie schlecht das ist, Digga Oh Gott, wieани Das ist das, Digga MAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN mein gott dieses spiel alter ich wirklich war das ist eine wahnsinnige scheiße alter was eine comedy show alter was eine verdammte comedy show was eine comedy show alter war es eine verdammte comedy show dieses spiel ist ja jungs es ist heute ganz schnell habe ich ja schon letztes mal gesagt fand spieler aber für den preis bin ich mal für eine million den spielen ist auch fünf spieler eine vorlage heute nur gemacht eusebio ja welche auf jeden fall nicht machen ich finde eigentlich einfach besser robert carlos gehört zu den frauen einfach klein und langsam und probate scheiß und deneron so weiter auch scheiß aber verzögert und voll langsam träge alles ganzen hansen war gut gewesen im großen ganzen aber er könnte zu diesen finesse familien kategorie von finesse aber ich finde sogar die bringen andere vorteile in den ganzen beweglicher ist ein bisschen schneller bisschen mit den fünf stellen skills was machen kann dafür ist der schuss einfach schlechter als die beiden kurz zusammengefasst gut ist der gute mann der gute mann inform wir gewinnen alles gar ist gut ist nicht schlecht bis ein win Da kann man ja ein bisschen warten, morgen sollte wieder irgendwas kommen, ne, dafür. Nicht mal so schlecht bis jetzt wieder. Elf Siege-Wurz. Ah, da ist glaube ich nichts drin. Oho, Mohamed, ist er noch was wert, Chat? Holy shit, Digga, Elf Siege sind echt immer die besten Rewards. What the fuck? Ist er noch was wert, der gute Mohamed? Mohamed Salah, Junge. Holy. Ist der gute Mann noch was wert? Ich bin froh, wie er war, ich meine. Ist gar nicht mal so schlecht, eigentlich. Modric. Ist das ein Modric? Oh mein Gott, Digga. Warte mal, ist das der... Ist das der gute Modric? Ich glaube schon, oder? Elf Siege-Wurz, Chat. Ich weiß gar nicht, warum ich meine abspiele, Digga. Digga, was sind das für Rewards wieder? What the fuck? Digga, 300k, Digga. Digga, Elf Siege-Rewards wieder. Beste, Junge. What the fuck, Alter. Ich weiß gar nicht, warum ich mich immer so aufgeregt, als ich Elf Siege-Wurz hole. Besten Rewards einfach. Tony oder Gündogan? Ist Tony? Vielleicht doppelt? Ne, ist kein Doppel, aber ist okay. Nimm mal mit, ist okay. Diesen Rewards, man. Diesen Rewards. Diesen Rewards, I guess. Das ist okay, doppelt 85. Vielleicht noch mal einen Big Bang zum Abschluss, EA. Big Banger. Ne, kein Big Bang. Deutschland, ZM ist Tony oder Gündogan. Ist wieder Tony Gross. Aber ist ein Doppel-Workout. Maybe... Weiß nicht. Erbs. Perfekt. 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 Untertitelung. BR 2018